ja hallo servus und herzlich willkommen zu meinem video tutorial heute möchte ich euch mal zeigen wie ich meine highspeed aufnahmen mache sprich die tropfen fotos wie ich die erzeuge als erstes möchte ich mal kurz mein equipment vorstellen damit ihr seht was dazu alles benötigt wird ja das wichtigste natürlich eine kamera hier reicht eine ganz normale spiegelreflex kamera ich verwende die canon 5d mark 2 und als objektiv verwende ich das sigma makro 150 mm die kameraeinstellungen verwende ich meistens so eine 125 sekunde belichtungszeit blende 16 mit iso 200 bis maximal iso 400 wie ihr seht die fotos werden jetzt nicht durch die kurze belichtungszeit der kamera eingefroren sondern dazu verwende ich ganz normale aufsteckblitze wie zb den canon 540 ez das ist noch ein blitz aus der analog fotografie davon habe ich zwei stück die habe die habe ich für 30 euro pro stück gebraucht gekauft einen weiteren blitz habe ich auch noch den 580 ex 2 von canon und ja also mit diesen drei blitzen habe ich bisher alle meine tropfen aufnahmen beleuchtet um jetzt die kurze abrunde auch zu erreichen regle ich die die blitzleistung auf eine 64 beziehungsweise 128 leistung herunter dadurch erreichen dann diese blitze ungefähr eine 20 tausendstel sekunde belichtungszeit die abrunde auch ist quasi die zeit in der blitz leuchtet und damit ist es dann möglich diesen diese kurzen momente einzufroren die blitze löse ich über funk aus mit einem young now dieser wird einfach auf den kamera schuh der kamera aufgeschoben die bezeichnung ist rf 600 tx und auf der anderen seite dieser empfänger dieser wird auf den blitz aufgeschoben einfach so drauf geschoben und damit werden dann die blitze eben ausgelöst da kann man wenn man zum beispiel jetzt fünf solche empfänger hat kann man dann auch fünf blitze gleichzeitig mit einem sender auslöschen wie ihr schon seht hier habe ich eine farbpulle drauf damit kann man dann zum beispiel blau blitzen in dem fall jetzt es gibt natürlich noch jede menge anderen farben ich verwende das lie filter musterheft da sind jede menge farben drauf ich glaube das sind so 200 verschiedene damit sind im grunde der kreativität keine einzelnen ersetzt da hat man jede menge auswahl ein weiteres wichtiges gerät für die heißt die fotografie ist ein trigger der die kamera und die magnetventile steuert ich verwende dazu den stop shot damit kann man auf millisekunden genau einstellen wie die wie das magnetventil öffnen soll und wann die kamera auslesen soll in einem anderen video auf youtube erkläre ich noch die genaue beschreibung von diesem stop shot ja und das war im grunde auch schon das equipment das ich dazu verwende natürlich auch noch ein stativ für die kamera und dann könnt ihr mir jetzt beim aufbau zusehen und danach noch das shooting zum schluss könnt ihr dann noch sehen wie ich meine fotos bearbeite das ist es jetzt so der grundsätzliche aufbau für die wasser tropfen fotografie mit den hohen wasser säulen da verwende ich immer so eine plastik schüssel und von hinten kommt in dem fall das licht ich habe hier rot eingefärbtes wasser mit xanthan vermischt xanthan deswegen damit die diskusität etwas erhöht wird und dadurch lassen sich einfach die ruhigeren und schöneren formen erzeugen damit das wasser schneller rauskommt und dadurch auch größere tropfen erzeugt werden können verwende ich einfach einen luftballon der quasi mit dem luftdruck nochmal auf die wasserflüssigkeit drauf drückt hier brauchen wir natürlich auch noch wasser hier fülle ich ganz normales kattes leitungswasser ein so So, als nächstes ist es noch wichtig, dass man einen Punkt zum Fokussieren hat, denn auf einen Wassertropfen, der gar nicht existiert, zumindest nicht lange existiert, kann man ja auch nicht fokussieren. Das mache ich einfach mit dieser Schraube. Diese verwende ich als Fokussierhilfe. Diese stelle ich hier mal schön mittig rein und dann tropfe ich mit dem Magneten-Deal Schraube nach unten und verschiebe diese Schraube, bis der Tropfen exakt auf die Mitte auftrifft. Danach kann ich auf die Schraube in aller Ruhe scharf stellen. So, wie ihr seht, jetzt trifft er ganz genau drauf. Und meistens trifft er, sollte er verbessern und den Gewinn wirklich bei uns selbstverständlich Entscheidungsanstalten. Dann mache ich auch gleich mal ein Testfoto. Ja, wie ihr hier sehen könnt, ist jetzt hier der Hintergrund mit der Wasseroberfläche noch nicht verschmolzen. Da muss ich jetzt hinten die Blitze noch besser ausrichten, damit das hier ein Übergang ist. So, dann mal kurz den zweiten Versuch. Ja, ist schon wesentlich besser. Etwas sieht man die Kante noch. Wenn jetzt hier der Hintergrund heller ist als die Wasseroberfläche, dann muss hinter der Acryl-Glas-Platte der obere Blitze entweder ein bisschen nach vorgerückt werden oder heller gestellt werden. Denn die obere Hälfte von der Acryl-Glas-Platte spiegelt sich im Wasser. So, dritter Versuch. Ich habe jetzt die hinteren beiden Blitze, den oberen etwas nach vorgerückt und den unteren etwas nach hinten. Mal sehen, wie es jetzt aussieht. Ja, würde mal sagen, ist schon beinahe perfekt. Das lasse ich jetzt auch erstmal so und dann beginnen wir mit dem Schulten. Da zeige ich euch jetzt noch kurz die Blitze, wie die jetzt aktuell eingestellt sind. Beide Blitze sind auf eine 64. Leistung eingestellt. Die Brengleiter ist dabei auf 24 mm. So, dann lasse ich jetzt mal den ersten Tropfen fallen. Und hier kann man auch schon das erste Ergebnis auf der Kamera sehen. Ich zeige mal kurz den Stop Shot, die Einstellungen für dieses aktuelle Foto. Wenn man jetzt höhere Wassersäulen erzeugen will, dann muss die Zeit für den ersten Puls, also die Zeit, die das Magnetventil geöffnet haben soll, erhöht werden. Ich erhöhe jetzt mal um ein paar Millisekunden, zum Beispiel auf 54 und dann mache ich noch meinen Foto. Dann erhöht man jetzt hier die Zeit noch weiter. In dem Fall habe ich jetzt hier auf 63 Millisekunden für die erste Ventilöffnung eingestellt. Die Zeit für den zweiten Tropfen, der Abstand dazwischen auf 77 Millisekunden. Die Zeit für den zweiten Tropfen ist auf Sen, das heißt dann auch dieselbe Zeit wie für den ersten Tropfen. Wenn man die Zeit erst noch weiter hoch stellt, dann hat man die Bubbles. Das sind die, wo sich unten eine Blase bildet. Das hört man auch gleich als beim Shooting. Jetzt möchte ich euch hier noch zeigen, wie man einen färbigen Hintergrund bekommt. Da habe ich jetzt einfach auf den unteren Blitz eine gelbe Folie draufgegeben und auf den oberen eine blaue. Ja, wenn euch das jetzt gefallen hat, dass ihr gesehen habt oder auch noch mehr sehen und wissen wollt, wie ich meine Wassertropfen-Fotos mache, dann kann ich euch mein neues Buch empfehlen, die Highspeed-Fotografie, ich hoffe man kann das so erkennen, darin erkläre und zeige euch dann auch nochmal im Detail, wie ich zum Beispiel meinen Aufbau gemacht habe oder wie man zum Beispiel auch solche Fotos macht. Zum Schluss ist dann auch noch ein Kapitel über die Ballistik-Shooting, da zeige ich dann, wie man solche Fotos produzieren kann, wenn man auf Glühbirnen schießt, mit einem Luftdruckgewehr, auf was man da alles achten muss. Mit weiteren Kapiteln sind in meinem Buch noch die Aqua Splash, da zeige ich, wie man zum Beispiel Saprika oder irgendwelche Obst- und Gemüsesorten ins Wasser fallen lassen kann. Anschließend zeige ich euch jetzt noch die Fotobearbeitung von dem aktuellen Shooting jetzt gerade und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe wir sehen uns bald wieder. Meine RAW Bearbeitung nehme ich in Capture One vor. Im Grunde stelle ich auch hier nur die wesentlichen Dinge ein, wie zum Beispiel den Weißabgleich, die Helligkeit und wenn jetzt wie hier zum Beispiel das relativ dunkel ist, dann helle ich das mit dem Schattenwerkzeug etwas auf. Den Weißabgleich, den hat die Kamera eh schon relativ gut selbst eingestellt. Hier kann man dann noch mal schalen und optimieren, wie es einem persönlich am besten gefällt. Ich lasse das dann mal so. Ja, dann hier die Helligkeit. Hier sollte unbedingt das Belichtungswarnungswerkzeug aktiviert sein, denn wenn jetzt Bereich überbelichtet sein sollten, dann zeigt einem das Capture One an. Helligkeit stelle ich dann so ein, ungefähr. Und um jetzt hier diesen Bereich etwas aufzuhellen, einfach den Schattenregler ein bisschen rüberziehen. Ich stelle hier mal 35 ein und dann kann das Foto auch schon ausgegeben werden. Ich gebe meine Fotos immer im 16-Bit-Tiff-Format aus. Im Adobe RGB 1998 Farbraum. Und mit einem Klick auf Bearbeiten wird dann das Foto ausgegeben. Die weitere Fotobearbeitung mache ich dann im Photoshop. Im Photoshop arbeite ich grundsätzlich mit einem Grafittablett von Wacom. Damit ist das Arbeiten einfacher und geht leichter von der Hand als mit deiner Maus. Als erstes lege ich immer den Ausschnitt fest. Hier möchte ich im Format 3 zu 2 bleiben. Das heißt bei Höhe 3 und Breite 2 eingeben. Dann ziehe ich hier mal einen Rahmen über das Foto. Und wähle mir einen passenden Ausschnitt. So. Noch etwas hereinziehen hier. Mit der Enter-Taste wird das dann bestätigt. Als nächstes entferne ich dann die störenden Wassertropfen bzw. Sensorflecken. dazu verwende ich den Bereichsreparaturpenselwerkzeug. Hier oben auf Nährungswert. Und dann summe ich an die 100% Ansicht. Und fange links oben an. Das hier klappe ich dann noch weg. Um etwas mehr zu sehen von dem Bild. Und dann gehe ich durch das ganze Foto. Und entferne die Störenden Flecken. Wenn ich jetzt so wie hier herkomme. Auf dieser Stelle. Da funktioniert der Bereichsreparaturpensel nicht so gut. Wie ihr hier seht. Da verwende ich dann das Stempelwerkzeug. Oder was im Prinzip auch noch genommen werden kann. Ich mache das mal rückgängig. Ist das ausfesten Werkzeug. Einfach markieren. Und dann rüber ziehen. Auslassen. Fertig. 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 Einfacho mit derですen. Mahg拜拜 auf Philorium. Zudem den Mitteln beim Ver eraserflابken aufисьendeistsen. Dann kann man jetzt auch noch etwas Knaps anpassen. Die imminenteeszener Eine Erw IS administrative um Zudem der mal nachvoll said. Das mache ich indem ich auf die Tonner Korrektur gehe. Und dann hier jeden einzelnen Kanal von rot-Grun und blau einzeln anpasse. Indem ich zum Beispiel jetzt auf den roten Kanal gehe. Und dann hier mit der Maustaste auf den Anfasser klicke. Und mit der Alttaste gedrückt halte. und dann etwas nach links rüber ziehen dadurch werden die Lichter etwas beschnitten wichtig ist es dass man nicht zu weit runter zieht ihr seht schon jetzt markiert Photoshop das rot wenn man es so weit rüber ziehen würde dann würden die Lichter beschnitten werden und man hätte Tonnetabrisse das heißt man darf es nur gerade so weit rüber ziehen dass eben gerade nichts vom Bildinhalt weggeschnitten wird dasselbe könnte man jetzt auch noch mit den Tiefen machen dadurch werden jedoch die dunklen Bereiche wieder noch dunkler und das möchte ich hier eigentlich nicht deshalb lasse ich das jetzt mal und jetzt passe ich noch die anderen beiden Kanäle in den Lichtern an so und den blauen noch und dann könnt ihr hier den Vorher-Nachher-Effekt sehen also ja und das war im Grunde auch schon meine Photoshop-Bearbeitung bei meinen Tropfenfotos viel mehr mache ich dann auch schon nicht mehr bevor ich das Foto speichere gehe ich noch in den 8-Bit-Modus und speichere es dann als Tief-Foto im LZW-Modus ab vielen Dank für eure Aufmerksamkeit ich hoffe euch hat das Video gefallen und ich würde mich freuen wenn ihr ein paar Kommentare hinterlässt und vielleicht mache ich ja demnächst dann nochmal so ein Video Tutorial und Tschüss your Untertitelung des ZDF für funk, 2017